Ähm, und zwar, boah, das ist immer so richtig grün, geht gar nicht. Weh, du nimmst meinen. Ha? Ja. Das habe ich jetzt nicht gedacht, damit ich da ja... So. Ja, jetzt habe ich das. Ja, das Ding immer auch. Bist du falsch? Nein. Nein. Wo sind denn die Farmer? Wo sind die Farmer? Farmer, 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 Farmer. Ähm. Ah. So, dann hauen da noch ein paar mit rein. Oh, ich muss den noch einmal hoch... Nein. Der will mich doch wohl verarschen. So knapp. So knapp. Wie viel Fläche habe ich? Ich zog ich viel. Ach, nee. Der hätte mir viel gefehlt und der wäre auch clever gewesen. Nein. Ah, das ist ärgerlich. Weil es wirklich nicht mehr viel fehlt, bis der levelt. Hä? So. So viel Brommer. Wir haben so viel Samen mittlerweile. Das ist echt immer feierlich. Und dafür ist noch einer. Wow. Na gut. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. So. So. Wo ist der? Wo ist unser... Wo ist unser... Ähm... Farmer. Der mit dem Kind. Der Farmer mit dem Kind. Wo ist der Farmer mit dem Kind? Dein. Bist du... Bist du Farmer mit Kind? Hallo. Bist du Farmer mit Kind? Ähm... Hä? Ne, du bist der Falsche. Ich suche Farmer mit Kind. Bist du mein Farmer mit Kind? Hm. Ich glaube aber nicht. Nein, du bist der Falsche. Haben wir drei Farmer mittlerweile? Nicht schlecht. Wo ist Farmer mit Kind? Nein. 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 Ihr seid arbeitslos. Ihr seid so interessant. Hier ist leer. Hier ist leer. Wo ist Farmer mit Kind? Du bist auch arbeitslos. Was haben wir für... Wieso haben wir so viele Arbeitslose? Kein Farmer mit Kind? Wieder ein Arbeitsloser? Halt. Stopp. Ah. Arbeitsloser. Mein Farmer mit Kind. Wo ist er? Wo ist er? Was ist doch der da vorne? Hä? Da ist er. Halt. Hä? Ich hab dachte, den hab ich schon weit oben. Nein. Jetzt fehlen dem immer noch so viel. Ihr habt ja da nichts hochgelebt. Was soll das für das Scheiß sein? Da freut man sich einmal, endlich einen hochzuleveln. Wieder. Und dann enttäuscht er einen so sehr. Ich bin wirklich enttäuscht. Auf ganzer Linie. Wieso? Wieso tun die mir das noch nicht? Ah. Typisch. Man gönnt mir auch nichts. Boah, wir können hier. Da. Genau, was mir aber ausscheinend ist. Ach, bin ich enttäuscht. Ich sag dir immer nur so viel Weizenkörner. Ich bin jetzt voll die Höheproganisch hinzutun. Ähm. Äh, ja. Da haben wir kaum was drin. Aber die Hand drin, die ist auch mit voll. Ah. Wir könnten aber... Komm, das machen wir jetzt mal. Falsch. Wir gehen auf Shopping-Tour. Die Folge ist sehr, ähm... Ähm... Sehr produktiv. Wir... Haben geangelt. Und shoppen. Oder... Gehandelt. Geangelt und geangelt. Geangelt und gehandelt. So. So, und ich suche schon wieder meinen Farmer mit Kind. Nein. Nein. Oder? Nein. Was treibt sie beide da? Wenn sie jetzt Blödsinn aus der Tür auszugehen, dann... Nichts zu gedehlen. Ich suche meinen Farmer mit Kind. Ich suche meinen Farmer... Ich suche meinen Farmer mit Kind. Mit Kind. Farmer mit Kind. Ich suche meinen Farmer mit Kind. Ah, die Schalkatze. Also, ich kann auch nicht viel lohnen. Äh... 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 Die Bäume müssen weg. Ich seh meine Farmer nicht. So, schau mal, die kommen jetzt alle her. Oh, die gehen jetzt alle heim. Ah ne, sie sind da. Du bist der Falsche. Bist du der Richtige? Nein, du bist auch der Falsche. Du bist der Experte. Du bist der Meister? Du bist eine Experte? Hm. Okay, aber ich möchte jetzt erstmal unseren Farmer mit Kind großziehen. Oder hochleveln. Schaut, wie viele Arbeitslose wir haben. Hm. Hm. Ist auch der Falsche. Hä? Wo ist der? Eins, zwei. Zwei Kugels haben wir. Aber ich seh den Farmer nicht. Wo ist ein Farmer? Nein. Ich sehe gar nicht, die beiden hängen da oben immer noch fest. Das ist jetzt doch wirklich dumm dazu, oder? Zu dumm, um aus einer Tür rauszugehen. Ich finde unseren Farmer nicht. Ja! Ah, du bist der Meister, du bist ja interessant. Wo ist der Andre? Jetzt will ich meinen ins Wunden Farmer mehr. Alter Schwerer. Wisst ihr was? Wenn ich keine Farmer finde, dann heult sie sich jetzt hier ab. Ich bin frustriert. Das ist echt ärgerlich. Halt, 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 halt. Ah, du bist der Meister wieder. Können die nicht irgendwie anders aussehen haben, wenn es der Meister oder der Lehrling oder ich was alles sind? Das würde alles etwas vereinfacht, die rauszufinden, wo welche ist. Wird vielleicht auch bisher die KI verbessern, damit sie dann immer nicht da Tür-Ewigkeiten hängen. Ich kann ja auch keine riesengroßen Türen da reinmachen. Was auch, Alter. Ich glaube, das Problem ist, weil die inneren kollidieren, also sie können einen gewissen Grad weit ineinander rein, aber dann nicht mehr weiter. also das ist irgendwie ganz seltsam. Spooky ein bisschen. So, wir werden heute noch zum ersten Mal mal wieder bauen zum Haus schlafen. Ich habe jetzt alle weg. Jo. Also ab, zurück ins Haus zum Schlafen. Okay, das ist fertig nur. Huch. So, wir haben gerade gedacht, ist da irgendwie ein Zombie bei dem drin oder was? Hat jetzt schon seltsam ausgesehen. Äh. Uugh. Uugh. Vielen Dank.